Du möchtest innerhalb weniger Minuten, ohne wirklich viel Arbeit, bis zu 396 Euro als Beispiel mega, mega einfach im Internet verdienen, dann könnte das heutige Video ganz interessant für dich sein. Ich habe aber auch noch ein paar andere coole Webseiten am Start, mit denen du im Internet Geld verdienen kannst. Wir werden uns das Ganze ein bisschen genauer ansehen, ich werde dir das Ganze erklären. Wenn du mehr davon sehen möchtest, wenn du nichts verpassen möchtest, lass gerne ein Abo da, lass gerne ein Like da und ich würde sagen, wir legen direkt los. Die erste Webseite, die ich dir zeigen möchte, mit der du im Internet ganz einfach und schnell Geld verdienen kannst, wäre die Webseite Cleverboy. Hier kannst du alte Technik verkaufen, das kannst du hier oben, Technik verkaufen, da drückst du drauf und du kannst dir Smartphones verkaufen, Tablets verkaufen, Watches verkaufen, Thermomix, Dysons, Audio, aber auch Spielekonsolen und wir gehen jetzt einfach mal hier auf Smartphones verkaufen und um dir jetzt ein Beispiel zu nennen, ich habe alleine an meinem Schreibtisch sieben Handys rumliegen und ja, ich weiß nicht, jeder hat sieben Handys rumliegen, ich habe teilweise Handys für Privat, für das Unternehmen, also für Business, teilweise für die Selbstexperimente habe ich Handys, damit da eben keine Daten von mir oder so geklaut werden im Hintergrund, deswegen habe ich da extra Handys für. Auf jeden Fall habe ich sieben Handys an meinem Schreibtisch rumliegen und ich habe einfach mal geschaut, das habe ich davor schon mal gemacht, damit ihr jetzt hier, damit das ein bisschen schneller geht, ich habe mal geschaut, wie viel Geld ich dafür bekommen würde und wir nehmen jetzt einfach mal als Beispiel ein Huawei, also ihr seht hier die Marken, da könnt ihr was wählen, wir nehmen jetzt ein Huawei, weil das habe ich zum Beispiel hier rumliegen, ein Huawei P20 Pro ist es, was ich hier habe, das heißt wir wählen das hier aus und der Speicher wäre 128 GB, Farbe ist schwarz und dann kannst du hier auf den nächsten Schritt gehen und dann siehst du auch, wie viel du hier bekommst, wie viel du hier verdienst, je nach Zustand ist es mehr oder weniger, das heißt du hast hier von neu zu wie neu hervorragend gut, ganz okay, schlecht oder auch beschädigt und ich habe einfach mal zusammengezählt, ich habe immer das ganz okay genommen, um das Ganze zu rechnen und habe jetzt einfach mal die Handys zusammengezählt vorab und bin dann auf 396 Euro gekommen, die ich mit 5 von diesen 7 Handys zusammen verdienen würde, warum 5 von 7, ich habe 2 Handys, das eine ist von der Marke Okittel, das ist so ein Outdoor Handy, das andere ist von der Marke Kubot, ist eine unbekanntere Marke, diese 2 Marken kann man hier nicht verkaufen, deswegen habe ich nur 5 von diesen 7 Handys quasi hier nehmen können und wenn ich eben diese 5 Handys zusammenzähle und ich habe als Zustand wie gesagt immer ganz okay genommen, dann komme ich auf 396 Euro und ich finde das mega, mega cool, weil die Handys, wenn ich die jetzt nicht brauchen würde, könnte ich die hier mega, mega einfach und schnell verkaufen, das heißt du wählst dann hier eben wie gesagt deinen Zustand aus, gehst dann hier zum nächsten Schritt, das heißt das würde ich hierfür bekommen, kann dein Angebot annehmen und versende das Ganze, du siehst ja kostenloser Versand an uns beim Verkauf, das heißt auch beim Versand musst du nichts bezahlen, du hast eine schnelle Auszahlung, top Qualität, ich finde das mega, mega cool, das geht mega, mega schnell, das geht innerhalb von ein paar Minuten hast du das Ganze erledigt, also das ist nicht wirklich viel Arbeit, also du machst hier ein paar Klicks auf der Webseite, du packst es in ein Paket, schickst es los, also das ist meiner Meinung nach nicht wirklich viel Arbeit und eben geht innerhalb von ein paar Minuten, also ich finde das eine mega, mega coole und schnelle Möglichkeit, wie du eben als Beispiel in meinem Fall 396 Euro mega, mega schnell machen kannst, deswegen, wenn du das auch machen kannst, wenn du vielleicht auch mehrere Handys hast, die du dann nicht mehr benötigst, kannst du die hier zum Beispiel verkaufen über Cleverbuy, aber wie gesagt, kannst du hier neben den Smartphones auch noch die anderen Sachen hier verkaufen, also wenn du da was hast, könnte es ganz interessant sein, Cleverbuy, finde ich persönlich eine sehr, sehr coole Webseite, check es gerne mal ab, wie gesagt, ich habe das vorab mal zusammengerechnet, 396 Euro würde ich mit 5 von 7 Handys kommen und ja, vielleicht habt ihr ja auch was davon, wenn ihr schnell online im Internet Geld verdienen wollt, sind irgendwelche Sachen, gebrauchte Artikel zu verkaufen mit einer der schnellsten Möglichkeiten und über Cleverbuy geht das zum Beispiel ganz, ganz schnell eben mit Smartphones. Natürlich habe ich aber auch noch andere coole Webseiten am Start, mit denen du im Internet Geld verdienen kannst, unter anderem zum Beispiel die Webseite Page Content, hier kannst du Geld verdienen durch das Schreiben von Texte, zum Beispiel gibt es hier drei Arten, es gibt hier den Open Pool, den Direct Order und Text Offers, das heißt beim Open Pool kannst du an Ausschreibungen teilnehmen, die quasi an alle Autoren rausgeht, bei der Direct Order bekommst du quasi einen direkten Auftrag von dem Auftraggeber und bei den Text Offers kannst du deine bereits geschriebenen Texte verkaufen, das sind so die drei Möglichkeiten, wie du hier mit dem Schreiben von Texte Geld verdienen kannst, wir können hier mal auf Vergütung gehen, damit du siehst, wie viel du hier auf der Webseite verdienen kannst, Vergütung für Aufträge aus der Auftragsbörse, das heißt du registierst dich hier auf der Webseite, musst erstmal einen Beispieltext abgeben und anhand dessen wirst du dann von der Qualität her eingestuft, es gibt die Stufen 1 bis 4, bei Stufe 1 wären es 0,78 Cent, bei der vierten Stufe wären es 2,35 Cent und dann siehst du hier auch ein Rechenbeispiel, bei 300 Wörter würdest du bei der vierten Stufe 7,05 Euro bekommen, bei der ersten Stufe würdest du 2,34 Euro bekommen, das ist ganz okay, das ist ganz solide muss man sagen, wir können im Vergleich einfach mal kurz hier auf Textbroker gehen, ebenfalls eine deutsche Webseite, wo du Geld verdienen kannst mit dem Schreiben von Texten, das siehst du bei der Qualitätseinstufung, bei 4 Sterne würdest du 1,5 Cent pro Wort bekommen, also bei der zweithöchsten Stufe und hier ist es bei der zweithöchsten Stufe 1,75 Cent pro Wort, also ein bisschen höher als hier bei Textbroker, dafür ist die Endvergütung hier bei 4,5 Sterne bei der höchsten Stufe und hier ist es bei der höchsten Stufe nur 2,35 Cent, das heißt, wenn du extrem gut Texte schreiben kannst, dann lohnt sich eher Textbroker hier mit 4,5 Cent pro Wort, wenn du so mittelgute Texte schreiben kannst, dann lohnt sich Page Content ein bisschen mehr, dementsprechend musst du da eben ein bisschen darauf achten, was du denkst, bei welcher Stufe du dich siehst, natürlich als kleiner Tipp, was ich euch geben möchte, wenn ihr mit dem Schreiben von Texten im Internet Geld verdienen wollt, könnt ihr natürlich schöne, hilfreiche Tools nutzen, ja zum Beispiel ChatGPT, ChatGPT habe ich ja schon das häufigere Mal in Videos von mir vorgestellt, deswegen, ich gehe jetzt nur ganz kurz darauf ein, ChatGPT ist eine textbasierte künstliche Intelligenz, die quasi Texte schreiben kann, ihr könnt quasi hier ganz einfach sagen, wenn ihr euch hier auf der Webseite openai.com registriert habt, habt ihr im Zugriff zu ChatGPT, das Ganze ist kostenlos und dann habt ihr unten eben dieses Feld und da könnt ihr dann zum Beispiel eingeben, schreibe mir einen Text mit 1000 Wörtern zu dem Thema und dann nehmen wir einfach mal als Beispiel die Milchstraße, einfach als Beispiel mit Anführungszeichen und dann dauert es ein bisschen und dann legt ihr los und schreibt diesen Text. Ja, als Beispiel eben, wenn ihr euch auf Patch Content registriert habt, ihr habt Zugang zum Auftragspool und da bekommt ihr dann den Auftrag oder da seht ihr dann den Auftrag, jemand, der eben einen Text haben möchte mit 1000 Wörtern von der Milchstraße ist das Thema, dann könnt ihr zum Beispiel eben zu ChatGPT gehen und wie gesagt, ChatGPT schreibt dann diesen Text und ihr könnt dann das Ganze hier kopieren ganz easy und habt dann eben hier schon euren fertigen Text. Ihr könnt das Ganze, wir nehmen jetzt hier einfach mal den ersten Absatz als Beispiel, ihr könnt den Text, wenn ihr das wollt, umschreiben lassen, dazu gibt es Webseiten wie Paraphraser, da könnt ihr den Text einfügen, dann auf jetzt paraphrasieren gehen und dann wird der Text quasi umgeschrieben, wenn ihr das wollt, das heißt, ein Text von ChatGPT könnt ihr damit zum Beispiel ganz einfach umschreiben lassen, die grünen hinterlegten Wörter sind dann quasi das Umschriebene, hier heißt es, die Milchstraße ist eine der faszinierendsten und mysteriösesten Entitäten und hier ist es dann, die Milchstraße ist eines der, also das heißt, der schreibt das Ganze immer so ein bisschen um, wie gesagt, die grünen Wörter sind das Umschriebene und dann habt ihr hier eben diesen neuen Text, den ihr dann kopieren könnt. Wenn ihr euch Bedenken habt mit Rechtschreibung Grammatik, gibt es student.de Rechtschreibprüfung online, da wird das Ganze auch nochmal überprüft und da seht ihr dann, es wurden keine Fehler gefunden, aber das könnt ihr nochmal überprüfen lassen, wenn ihr das unbedingt wollt natürlich und dann gibt es zum Beispiel von wortliga.de ein Textanalyse-Tool, wäre auch ein Beispiel, da wird euer Text dann für die Lesbarkeit überprüft und die Sprachmelodie und die Checkliste wird sich angesehen und da seht ihr dann zum Beispiel Adjektive, Perfekt und Ähnliches und könnt das dann dem Sprichenden auch nochmal ein bisschen anpassen natürlich. Also das wären so Webseiten, die euch das Ganze ein bisschen erleichtern können, sowas wie Paraphraser, Duden.de, ChatGPT oder eben Wortliga. Das kann euch die Arbeit als Text im Internet einfach ein bisschen erleichtern, ihr seid damit einfach deutlich, deutlich schneller und da können wir mal ein Beispiel machen. Ja, wir haben hier auf Page Content den Auftrag bekommen, um einen Text zu schreiben mit 1000 Wörtern zu dem Thema Milchstraße und die sind Qualitätsstufe 3 als Beispiel. Bedeutet, wir bekommen 1,75 Cent pro Wort. Wie lange dauert das dann? Ich sage jetzt mal so, ChatGPT schreibt 1000 Wörter in 1 bis 2 Minuten. Wir schreiben das Ganze noch ein bisschen um, überprüfen das Ganze noch. Das heißt, zwischen 10 Minuten, wenn du schnell bist und einer Stunde, wenn du langsam bist, würde ich sagen, hast du diesen Text fertig. Bedeutet, wir nehmen mal den Taschenrechner, bedeutet, du hast 1000 Wörter und bekommst für diese 1000 Wörter, wir schauen nochmal, 0,0175. Das heißt, wir bekommen mal 0,0175 bei Qualitätsstufe 3. Bedeutet, wir würden jetzt in, wenn wir schnell sind, 10 Minuten, wenn wir etwas länger brauchen, eine Stunde, würden wir 17,50 Euro verdienen. Finde ich absolut solide für so 10 bis 60 Minuten Arbeit. Je nachdem natürlich, wie schnell ihr seid oder wie schnell ChatGPT ist. Je nachdem, wie sehr ihr noch recherchiert, ob das Ganze stimmt, was ChatGPT schreibt und so weiter. Wenn ihr noch das Ganze weiter anpassen möchtet, dauert es vielleicht auch nochmal länger als eine Stunde. Aber wie gesagt, seid ihr damit deutlich, deutlich schneller und kann das Ganze auf jeden Fall ein bisschen erleichtern. Meiner Meinung nach, solche Webseiten können ganz hilfreich sein. Finde ich auf jeden Fall ganz nice. Du bist eben da deutlich schneller. Finde ich sehr spannend, finde ich sehr cool. Page-Content könnte dementsprechend vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen von euch sein. Und da gehen wir direkt weiter zu Composely, ebenfalls eine Möglichkeit oder ebenfalls eine Webseite, wo du Geld verdienen kannst mit dem Schreiben von Texte. Nur hier ist es so, zum einen, dass es englische Texte sind, aber hier siehst du, du verdienst im Durchschnitt zwischen 10 und 14 Cent pro Wort. Nochmal als Vergleich, hier bei der Höchstenstufe 2,35 Cent, hier zwischen 10 und 14 Cent. Das ist ein riesen, riesen Unterschied. Auch hier, wir können ja mal kurz hier nochmal den Taschenrechner zu holen. Wir haben 1000 Wörter und bekommen dafür 10 Cent, das heißt 0,1. Bedeutet, wenn wir das Ganze mit ChatGPT machen und innerhalb von 10 Minuten erledigt haben, dann bekommen wir innerhalb von 10 Minuten 100 Euro oder wenn wir ein bisschen länger brauchen, eine Stunde, wäre es innerhalb von einer Stunde 100 Euro. Das heißt, hier bei Composely kannst du auf jeden Fall sehr, sehr gutes Geld verdienen. Ich kenne keine anderen Webseiten, wo du so viel Geld verdienen kannst mit dem Schreiben von Texten. Deswegen, ich finde das wirklich, wirklich krass. Und auch Composely wäre, wie gesagt, eine Möglichkeit, neben Page Content oder Textbroker oder Content.de, wo du eben mit dem Schreiben von Texten Geld verdienen kannst. Und wie gesagt, ChatGPT und Co. kann dir da auf jeden Fall ein bisschen helfen, das Ganze ein bisschen erleichtern. Aber eben, du musst immer ein bisschen darauf achten. Wie gesagt, bei ChatGPT das Ganze immer noch ein bisschen anpassen und verändern. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo du diese Texte einfach deutlich schneller schreiben kannst. Deswegen finde ich solche Möglichkeiten sehr, sehr cool. Ich denke, ist eine coole Webseite und wir machen direkt weiter mit der nächsten Webseite. Dann haben wir die Webseite Juniko. Das ist jetzt keine Textstar-Webseite. Das ist keine Webseite, wo du irgendwelche Technik verkaufen kannst. Das ist eine Webseite, wo du Geld verdienen kannst durch das Arbeiten als Freelancer. Und das in verschiedenen Bereichen. Wir gehen ein bisschen nach unten. Du kannst dir Geld verdienen mit Programmieren, mit Design, Kreatives, Video, Audio, Texte und Übersetzen, Marketing, Sales, Business und Service. Also du hast hier unterschiedliche Möglichkeiten. Und auch hier kannst du natürlich wie bei den anderen Webseiten hier bei Texte und Übersetzen. Als Beispiel kannst du dann hier eben auch natürlich ChatGPT und Co. nutzen. Kann auch hilfreich sein, auch hier bei Juniko. Aber wie gesagt, ist das eine Freelancer-Webseite, wo du in vielen verschiedenen Bereichen hier Geld verdienen kannst. Und da ist von ein paar hundert Euro pro Monat zu ein paar tausend Euro pro Monat auf jeden Fall realistisch. Je nachdem in welchem Bereich, je nachdem wie viele Stunden das Ganze sind. Du musst nur darauf achten, dass das Ganze hier remote ist. Dann kannst du von zu Hause arbeiten. Dann kannst du ortsunabhängig arbeiten. Auf das solltest du achten. Aber ansonsten finde ich das jedenfalls eine sehr, sehr coole Webseite Juniko. Hieß glaube ich früher Freelance Junior die Webseite. Ist eine ganz ordentliche, solide Webseite im deutschsprachigen Raum, wo du eben deutsche Projekte finden kannst. Und dementsprechend vielleicht auch für den einen oder anderen von euch ganz interessant. Meiner Meinung nach waren das sehr coole Webseiten. Zum Beispiel Cleverbuy, wo du einfach sehr schnell an Geld kommen kannst, wenn du irgendwie Geld nötig hast. Sehr, sehr schnell, ohne wirklich viel Arbeit. In ein paar Minuten finde ich Cleverbuy sehr, sehr cool. Aber sowohl Page-Content als auch Textbroker oder Composal sind ebenfalls sehr, sehr cool. Wenn du eben mehr Texteschein Geld verdienen möchtest. Möchte es eben dann zum Beispiel mit Hilfe von ChatGPT oder eben Juniko als Freelancer. Das ist auch eine coole Webseite. Also da waren ein paar sehr coole Webseiten dabei meiner Meinung nach. Ansonsten, wenn du mehr Videos sehen möchtest, rund um das hier mit dem Internet Geld verdienen. Check einfach mal meinen Kanal ab. Da findest du alles mögliche, Selbstexperimente und mehr. Sieh dich da einfach mal um. Und dann würde ich sagen, wenn es dir gefallen hat, lass gerne ein Like da, lass gerne ein Abo da. Check gerne die Playlist ab. Oder check gerne das Video da oben ab. Würde mich natürlich auch freuen. Ich hoffe, dir hat es gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.